Hallo, Mr. Brown. Freue mich, Sie zu sehen. Guten Tag, Mr. Koldau. Nehmen Sie Platz. Sie sind pünktlich. Sogar überpünktlich. Was nicht heißen soll, ich wäre Ihnen böse, dass Sie sozusagen vorfristig zurückzahlen wollen. Darauf trinken wir einen Schluck. Mr. Koldau? Übrigens schon Zeitung gelesen? Die Kitten aber haben es geschafft. Der alte Macpherson zahlte die 500.000 und hat dafür sein Töchterchen unbeschädigt zurück. Na, wäre auch schade um Sie gewesen. Und ihm tut es nicht weh. Wenn ich sowas lese, dann denke ich immer, ich habe den falschen Beruf. Kidnapper hätte man lernen sollen. Ich trinke auf Ihr Wohl, Mr. Brown. Und auf unsere kleinen Geschäfte. Tja, Mr. Koldau. Nun denn, Mr. Brown, Sie hatten von mir 50.000 zu 25 Prozent, macht Runde 62.500 amerikanische Dollar. Achte Dollar kann man ja heutzutage nicht mehr sagen. Die Zeit... Mr. Koldau, ich habe das Geld nicht. Wie bitte? Ich kann nicht zahlen. Ich wollte Sie bitten... Mr. Brown, Sie kannten mein Prinzip. Promptes Geld, fristgemäße Rückzahlung. Hart, aber fair. Ich zwinge keinen, mein Geld zu nehmen. Aber wenn er es genommen hat, will ich es auch zurück. Und zwar pünktlich. Oder ich werde sehr, sehr unangenehm. Aber was soll ich machen, wenn ich das Geld nicht habe? Sie haben eine gut gehende Fabrik, Mr. Brown. Da werden Sie doch... Sie wissen genau, dass die Fabrik meiner Frau gehört. Ich bin lediglich geschäftsführender Direktor mit der entsprechenden Gehalt und Gewinnbeteiligung. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, aber seit dem letzten Jahr haben wir so gut wie keinen großen Auftrag mehr bekommen. Ich weiß nicht wieso. Wir produzieren nicht schlechter als früher, kalkulieren hart. Die 50.000 haben Sie doch nicht für den Betrieb verbraucht. Das stimmt nicht. Sie haben Sie verwettet und verspielt. Nein. Ich hatte von früher Schulden. Die habe ich damit. Und dann haben Sie weitergespielt. Aber das ist Ihr Problem. Ich bekomme von Ihnen 62.500 Dollar. Herrgott, verstehen Sie doch, Colter. Ich habe weitergespielt, weil ich... Ich hatte geschäftlich keinen Erfolg und da hoffte ich auf diese Weise... Ich will meine Frau nicht verlieren. Tja. Sie werden aber jetzt nicht umhinkommen, Ihre Frau um ein Darlehen von 50... Pardon. 62.500 Dollar zu bitten. Nein, das ist ausgeschlossen. Außerdem zwecklos. Sie würde mir keinen Dollar geben. Wenn Sie mir einen Aufschub von... Keinen Tag, Brown. Morgen ist Zahltag. Ansonsten... Aber ich kann nicht zahlen. Ich sagte schon, das ist Ihr Problem. Lassen Sie sich was einfallen. Irgendeine Möglichkeit findet man immer, wenn man wirklich will. Oder muss. Eine Möglichkeit. Ja, aber welche? Meine Frau wird niemals freiwillig so viel Geld. Niemals. Höchstens, wenn man sie... Man müsste ihr... Mr. Colter? Ich glaube... Ja. Ich habe eine Idee. Na sehen Sie. Wie heißt es so schön? Im Falle eines Falles erben Sie doch alles. Man liest doch ständig von Überfällen, Autounfällen, manche nehmen zu viel Schlaftabletten. Die Auswahl ist doch nahezu unbegrenzt. Das könnte Ihnen so passen. Damit Sie mich zeitlebens in der Hand haben. Mit meinem Schuldschein als Tatmotiv. Nein. Sie sind ja cleverer, als ich dachte. War auch nur ein Scherz von mir. Machen Sie es, wie Sie wollen. Aber machen Sie es schnell. Sie haben nur noch knapp 30 Stunden. Mehr brauche ich nicht. Oh, Mr. Brown. Wollt ihr schon so früh? Das Essen ist aber noch nicht... Schon gut, Mrs. Hopkins. Wo ist meine Frau? In der Stadt. Sie wollte Besorgung machen. Aber wo ist... Ja, ja. Machen Sie nachher weiter. Ich habe dringend zu arbeiten. Ist recht, Mr. Brown. Ach, ich glaube, Ihre Frau... Ja, schon gut, schon gut. Bitte gehen Sie jetzt. Entschuldigung, Mr. Brown. Hallo, Oliver. Wieso bist du nicht in der Fabrik? Ich wollte bei dir vorbe... Was ist denn? Ist was passiert? Nein, wieso? Du bist so... So komisch. Willst du telefonieren? Nein. Ach so, ja. Aber das eilt nicht. Oliver. Ah, was ist los? Hängt es mit dem Auftrag zusammen? Wir haben ihn wieder nicht bekommen, ja? Ja. Fraser hat uns offensichtlich unterboten. Ich verstehe das nicht. Wir haben doch... So, du verstehst das nicht. Seit ich dir nach Daddys Tod die Geschäftsführung übertragen habe, seitdem geht uns ein großer Auftrag nach dem anderen flöten und du verstehst das nicht. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass unsere Firma seit ihrer Gründung durch meinen Großvater immer zu den Führenden der Branche gehört hat. Aber seitdem... Nelly, ich habe alles getan... Du hast alles getan, um die Firma zu ruinieren. Wäre ich doch damals nur meinem Verstand gefolgt und hätte wie Vaters gewollt, hat Benny Wood zum Direktor gemacht. Benny Wood. Er ist seit Jahren ein erfolgreicher Manager. Und eure Väter waren befreundet, ich weiß. Ich kenne Benny gut genug. Außerdem habe ich ihn mehrmals konsultiert. Du hättest... Ja. Gegen gutes Honorar. Und er hat all meine Projekte und Bilanzierung meine Geschäftsführung für gut befunden. Davon hast du mir nie erzählt. Wozu? Das war meine Angelegenheit. Nun gut. Dann ist es jetzt meine Angelegenheit, die Firma vor dem Ruin zu retten. Was heißt das? Du hast deine Chance gehabt, Oliver. Du hast mich nach Daddys Tod vor zwei Jahren beschworen, dir die Geschäftsleitung zu übertragen. Du hättest es satt, immer nur den Prinz gemalt zu spielen. Wolltest selber etwas schaffen, der Welt beweisen, was in dir steckt. Ich habe dir nachgegeben. Obwohl viele, die dich kannten, nicht gewarnt haben. Sie haben leider recht behalten. Also, muss ich jetzt handeln. Worauf willst du hinaus? Ich werde dir ab sofort die Leitung der Firma entziehen. Das wirst du nicht. Ich bin schließlich dein Mann. Ich darf jetzt nur noch an die Firma denken. Meine Liebe, ich habe einen rechtsgültigen Vertrag, laut dessen ich geschäftsführender Direktor für die Dauer von drei Jahren bin, also noch ein Jahr. Du müsstest gegen mich prozessieren, gegen deinen eigenen Mann. Meinst du, dass sowas dem Renommee der Firma gut bekommen würde? Sowas hätte selbst ich dir nicht zugetragen. Ich habe keine Wahl. Ich will nicht wieder der kleine, unbedeutend Oliver Brown sein, der das Glück hatte, von der reichen Nellie Tecker geheiratet zu werden. Nein, ich werde die Firma wieder hochbringen. Einmal hat jede Pechsträhne ein Ende. Warte heute nicht auf mich. Es wird spät werden. Hier, Büro Wood, was kann ich für Sie tun? Verbinden Sie mich mit Mr. Wood, es ist dringend. Wen darf ich melden, bitte? Sagen Sie, Mrs. Brown möchte Ihnen sprechen. Einen Moment bitte, Mrs. Brown. Ich verbinde, Mrs. Brown. Ja, hier Wood. Benny, entschuldige, dass ich dich im Büro... Nellie, wir hatten ausgemacht. Ich weiß, aber ich brauche dich. Ich muss dich unbedingt sprechen. Bitte komm sofort her. Wo bist du denn? Bei mir zu Hause. Und wo ist... Nicht da. Er kommt nicht vor Abend. Tja, aber im Moment kann ich hier nicht weg. Dann komm sobald du kannst. Bitte. Na nun, Mr. Brown, so schnell hätte ich Sie nicht wieder erwartet. Hoffen, das ist ein gutes Zeichen. Kommt drauf an. Worauf? In erster Linie auch Sie. Sprechen Sie nicht in Rätsel. Sie haben mich heute Morgen auf eine Idee gebracht. Ich? Ach so, Sie meinen von wegen Autounfall oder Schlaftabletten. Aber das war... Nein, nein, Sie sprachen von dem Kidnapperfall in der Zeitung. Ja und? Das brachte mich auf die Idee. Dann reden Sie mal Klartext. Was haben Sie vor? Kidnapping. Nein, hören Sie mir zu. Ich werde gekidnappt. Das heißt, ich bin es schon. Sie werden jetzt bei meiner Frau anrufen, anonym natürlich, sagen, dass ich mich in Ihrer Gewalt befinde, verlangen 100.000 als Lösegeld, zahlbar bis morgen 16 Uhr. Die üblichen Bedingungen, kleine Scheine, keine Polizei. Sonst stirbt Ihr Mann. So bekommen Sie Ihr Geld und noch eine Provision. 10.000 extra. Na? Sagen Sie, Brown, halten Sie mich für schwachsinnig. Glauben Sie wirklich, ich mache so ein gefährliches Spiel mit, wenn Ihre Frau die Polizei verständigt... Es ist Ihre einzige Chance, um zu Ihrem Geld zu kommen, Coldau. Die einzige. Außerdem völlig ohne Risiko für Sie. Ich habe nämlich eine Sicherheit eingebaut. Was wäre eine Sicherheit? Ein Mini-Abhörgerät im Telefon bei mir zu Hause. Und hier ist der Empfänger. Sie können alles, was im Haus oder über Telefon gesprochen wird, mithören. Falls also meine Frau die Polizei einschalten sollte, können Sie sofort aussteigen. Und niemand wird Ihnen etwas beweisen können, denn es hat ja in Wirklichkeit kein Kidnapping stattgefunden. Kapiert? Man lernt doch nie aus. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Also, Sie rufen an. Da es für mich jetzt um um 80.000 Dollar geht? Okay. Okay. Ihre Nummer? Ich mache das. Aber erst den Empfänger. Kann ich gleich mithören. So. Nun kann es losgehen. Lassen Sie noch Mrs. Hopkins. Ich gehe schon ran. Hören Sie? Einwandfreier Empfang. Hallo? Mrs. Brown? Ja? Wer spricht? Hören Sie gut zu, Mrs. Brown. Wir haben Ihren Mann. Was ist? Na, was soll das heißen? Wir haben Ihren Mann. Und wir geben ihn Ihnen für die Kleinigkeit von 100.000 Dollar wohlbehalten zurück. So viel wird er Ihnen doch wert sein. Soll das ein Witz sein? Das werden Sie gleich merken. Los, reden Sie. Nelly, tu, was Sie sagen. Es ist ernst. Sie haben mich... Das genügt wohl. Also, bis morgen 16 Uhr, 100.000. Und in kleinen Scheinen. Und keine Polizei. Sonst ist Ihr Mann morgen tot. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Hallo? Hallo! Hören Sie! Sind Sie noch da? Hören Sie! Mrs. Brown, ich würde dann gehen, wenn Sie erlauben. Mein Zug fährt in einer knappen Stunde. Wie? Ach so, ja, ist gut, Mrs. Hopkins. Und grüßen Sie Ihre Mutter. Ich wünsche gute Besserung. Dankeschön. Gehen Sie nur. Ich mache selbst auf. Und nochmals. Vielen Dank, Mrs. Brown. Morgen Abend bin ich ja wieder da. Ja, ist schon gut. Bitte kommt herein. Ben, Liebster. Danke, dass du gekommen bist. Nelly, was ist los? Wir hatten uns vorgenommen, vorsichtig zu sein. Ich... Es ist wichtig, Ben. Ich hatte vorhin eine Auseinandersetzung mit Oliver. Ich sagte ihm, dass die Lage der Firma es notwendig mache, ihm die Geschäftsführung zu entziehen. Und? Sah er es ein? Nein. Er will es sogar auf einen Prozess ankommen lassen. Die Folgen wären katastrophal fürs Geschäft. Wenn er bleibt, sind sie ebenso katastrophal. Das stimmt. Also willst du prozessieren? Nein. Auf keinen Fall. Tja dann. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Doch. Es gäbe sie. Und die wäre? Wie es aussieht, hat man Oliver entführt. Was? Ja. Vor fünf Minuten haben sie angerufen. Ja, aber... Bist du sicher, dass es kein Scherz war? Das war keiner. Ich habe Olivers Stimme gehört. Nun, vielleicht... Ja, einen Augenblick dachte ich auch, dass Oliver selbst das Ganze... Aber wozu? So naiv ist er nicht, dass er glaubt, durch sowas meine Liebe zurückzugewinnen. Wie viel wollen Sie? Hunderttausend. Tja, dann musst du entweder... Ich muss gar nichts. Ach so. Verstehe. Das ist hart. Er zwingt mich dazu. Er ist zu allem entschlossen. Warum sollte ich es nicht sein? Es geht immerhin um sein Leben. Um meins auch. Die Firma ist mein Leben. Ohne sie bin ich nichts. Bist du nun schockiert? Ich will nur, dass du dir später keine Vorwürfe machst. Ein Mensch, der praktisch darauf aus ist, mein Leben zu ruinieren. Das ist mein Feind. Soll ich da tatenlos zusehen? Gerade vorhin hat er mir erklärt, dass wir wieder unterboten wurden. Es sieht ja fast so aus, als würde er der Konkurrenz bewusst in die Arme arbeiten. Fraser kann eben billiger arbeiten als ihr. Fraser? Woher weißt du, dass Fraser den Auftrag... Du hast doch eben selbst den Namen... Nein, Bern, ich bin sicher, dass ich ihn nicht genannt habe. Woher weißt du? Moment mal. Oliver hat mir erzählt, dass er dich ein paar Mal konsultiert hat. Und du hast die Information an Fraser verkauft. Habe ich recht? Nicht ganz. Das musst du mir erklären. Also gut. Ja, es stimmt. Ich habe die Information über eure Produktion an die Konkurrenz weitergegeben. Aber ich habe kein Geld dafür genommen. Und warum hast du das getan? Weil es die einzige Möglichkeit war, dich zu gewinnen. Ich wollte damit Oliver vernichten. Er hat dich mir weggenommen. Solange er Erfolg hatte, hättest du dich nie von ihm getrennt. Aber hast du nicht bedacht, dass du damit auch mich... Ich habe alles bedacht. Ich liebe dich doch. Ich habe Verbindungen, habe Ideen. Ich gebe dir mein Wort, in ein, zwei Jahren ist die Firma Tecker wieder ganz oben. Wenn du... Du bist in der Wahl deiner Mittel... Sagen wir. Dir ebenbürtig. Du hast recht. Komm her zu mir. Mellie. Glaub mir. Glaub mir es. Ist mir nicht leicht gefallen, aber... Schon gut, Benny. Reden wir nicht mehr davon. Und wenn die Gangster wieder anrufen? Sage ich, dass ich kein Geld zu verschenken habe. Und das ist sogar die Wahrheit. Das ist doch... Warte. Ich mache uns eine Kleinigkeit zu essen. Mrs. Hopkins ist für zwei Tage zu ihrer kleinen Mutter gekommen. Das ist nicht wahr. Funktioniert hervorragend, ihr Plan. Das muss man sagen. Diese Schweine. Nicht nur, dass sie hinter meinem Rücken... Die würden mich auch seelenruhig verrecken lassen. Die bringe ich um. Beide. Hey, machen Sie keinen Unsinn. Denken Sie an mein Geld. Was interessiert mich erst noch, der Geld... Und denken Sie auch an sich. Wollen Sie den Rest Ihres Lebens hinter Gittern verbringen? Hass ist ein schlechter Ratgeber. Blinder Hass. Ja. Aber ohne Hass keine Rache. Und ich will mich rechnen. An beiden. Ja. Sie bekommen ihr Geld und ich meine Rache. Und wissen Sie, wodurch? Weil mein Vater Apotheker war. Grübeln Sie nicht, die Schlussfolger bestimmt was Falsches. Allerdings geht das wieder nicht ohne Sie, Kulder. Sie rufen morgen früh um fünf Uhr die Polizei an und veranlassen Sie unter irgendeinem Vorwand in mein Haus einzudringen. Aber genau um fünf verstanden, sonst bin ich nämlich tot. Und Sie können sich Ihre 80.000 in den Schornstein schreiben. Brown, Sie wollen die beiden doch umbringen. Nein. Ich werde mich umbringen. Also, Nelly, ich gehe jetzt. Du weißt ja, was du zu tun hast. Ja, Liebling. Wenn der Kerl wieder anruft, werde ich mich so verhalten, dass er glauben muss, ich hätte die Polizei verständigt. Gut. Und noch was. Du wirst morgen zur Bank gehen und die 100.000 abheben. Wozu das? Ich denke... Damit du beweisen kannst, dass du alles getan hast, um deinen Mann zu retten. Und was sage ich? Warum es schiefgegangen ist? Darüber soll sich dann die Polizei den Kopf zerbrechen. Du hast jedenfalls... Guten Namen, Nelly. Hello, Ben. Sie besuchen in meiner Abwesenheit meine Frau? Sehr verdächtig. Ich habe ihn hergebeten. Ich wusste mir im Moment, da war ein Anruf. Du wirst entführt und dann... Dann hört sich deine Stimme. Du riefst um Hilfe. Und dann sagte der Kerl 100.000 Dollar Lösegeld, oder... Oder Sie sehen Ihren geliebten Mann nie wieder. Eine bessere Ausrede fällt dir nicht ein, was? Das wird ja immer verdächtiger. Du machst Spaß, Oliver, aber es stimmt was, Nelly. Bist du betrunken? Ich mache einen Spaß, ja. Und ich bin sehr nüchtern. Aber der Nüchternheit kann man ja abhelfen, ohne auf den Spaß zu verzichten. Ich hole mir was zu trinken, ich bin gleich wieder da. Sag mal, verstehst du das? Nein. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe so ein nackwürdiges Gefühl. Es ist so anders. Ob er etwas weiß? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Also 100.000 wollte man für mich haben. Eine Eins mit fünf Nullen. Das ist viel Geld für so eine Null wie mich, was? Aber auch eine gute Gelegenheit, mich loszuwerden. Nicht wahr, mein Liebes? Ich verstehe nicht, wie man über so etwas derart albern daherreden kann. Du wirst es sofort verstehen, wenn du weißt, was ich weiß. Ich weiß nämlich nun, warum ich in der letzten Zeit so viel Pech gehabt habe. Warum zum Beispiel Frey sonst den Auftrag wegschnappen konnte. Und vorigen Monat die Kenton Company. Und davor Croft und Limitway Incorporation war nämlich ein guter Freund, den immer unsere Kalkulation zugespielt hat. Sodass wir immer nur ein bisschen drunter zu bleiben brauchten, um den Auftrag zu bekommen. Und als Krönung hat er mir auch noch meine Frau weggeschnappt. Was redest du da für Zeug? Lass ihn. Ist doch ganz amüsant. Und? Wie geht die Geschichte weiter? Na, ganz logisch. Ich würde mich rechnen. An beiden. Und wie? Willst du sie umbringen? Mit dem Revolver, der am Schreibtisch liegt? Nein. So viel Mum hätte ich dir auch gar nicht zugetragen. Nein, ich werde mich umbringen. Was? Bist du verrückt? In diesem Fläschchen, noch aus Vaters Apotheke, ist Dormultan. In kleinen Dosen genommen ein ganz todsicher wirkendes Beruhigungsmittel. In größeren Dosen aber ein ganz sicher tötendes Gift. Du willst dich vergiften? Aber das ist doch... Fast, mein Lieber, wenn ich fast vergiften. In diesem Glas Rotwein hier ist genau so viel Dormultan, dass die Polizei die morgen früh hier eintreffen wird. Dafür ist gesorgt. Mich wieder ins Leben zurückholen kann. Ich will doch beim Mordprozess dabei sein. Mordprozess? Was für ein Mordprozess? Nun, bei der Suche nach einem Motiv wird man unschwer darauf kommen, dass nur zwei Menschen für diesen Mordversuch an einem unbequemen Ehemann in Frage kommen. Der blöft. Das mit dem Gift ist nur ein Blöft. Nein, Benny. Er will uns Angst machen. Das ist seine Rache. Das ist kein Blöft. Ich kenne ihn. Er wird sich doch nicht selber vergiften. Doch. Das werde ich. Oliver. Warte. Du hast gewonnen. Lass uns darüber reden. Ich gebe dir, was du willst. Zu spät, Mellie. Ich werde jetzt... Was denn du Schwein willst uns tatsächlich... Nur weil wir... Ja, ich werde dieses Glas jetzt auf mein Wohl trinken. Das wirst du nicht... Benny! Nein! Bist du verharrt? Oliver? Wir... verkalkulieren. Er ist tot. Du hast ihn... Bleib ruhig, Nellie. Es war die einzige Möglichkeit. Oder willst du den Rest deines Lebens in einer Zelle zu bringen? Und jetzt? Jetzt haben wir einen Mord am Hals. Das hätten wir so und so. Aber wie willst du denn... Bitte nimm dich zusammen! Wir müssen überlegen, was du nachher der Polizei erzählst. Die einfachste Geschichte ist immer die glaubhafteste. Ja. Wo ist euer Safe? Dort. Hinter dem Bild. Ist dein Schmuck drin? Ja. Also, ein Einbrecher. Ihr habt schon geschlafen? Oliver hörte ein Geräusch. Das ist doch idiotisch. Du vergisst, er ist vollständig angezogen. Stimmt. Na gut, dann... Dann hast du schon geschlafen und er ist nach Hause gekommen. Hat den Einbrecher überrascht? Du bist erst durch die Schüsse wach geworden. Liefst runter, fandest deinen Mann hier, den Safe offen. Ja, so geht's. Wie ist die Kombination? 4, 4, 1, 2, 3. Ich mach ihn auf. Geh dich inzwischen umziehen. Dann ruf die Polizei an. Beeil dich! 4, 4, 1, 2, 3. Und wenn die Polizei von unserem Verhältnis erfährt? Du hast kein Alibi für die Tatzeit. Mit des Hopkins hatte ich gesehen, als du hereinkamst. Dein Wagen steht wahrscheinlich zwei Straßen weiter. Hier überall deine Fingerabdrücke. Nein, Benny. Hier hat nur einer eine Chance rauszukommen. Du hast recht, die Fingerabdrücke am Safe muss ich abwilden. Was machst du denn? Du kannst mich doch nicht... Benny! Wie gesagt, Inspektor, ich hatte mich schlafen gelegt. Mein Mann hatte mir gesagt, dass er spät nach Hause kommen würde. Ich wurde wach durch die Schüsse, lief hinunter. Ja, ich verstehe, Mrs. Brown, dass es ein furchtbarer Schock für Sie gewesen sein muss. Fühlen Sie sich in der Lage, mir trotzdem ein paar Fragen zu beantworten? Natürlich. Wenn ich Ihnen helfen kann, Inspektor. Danke. Wie es aussieht, wurde der Eindringling von Ihrem Mann überrascht, als er den Safe öffnen wollte. Wir fanden seine Fingerabdrücke auf dem Safe. Wie wir feststellten, handelt es sich um Benny Wood, einen bekannten Industriemanager unserer Stadt. Benny Wood. Kannen Sie ihn? Ja. Das heißt, flüchtig. Durch meinen Mann. Er hatte Wood ein paar Mal geschäftlich konsultiert. Haben Sie eine Vermutung, was Wood in Ihrem Safe suchte? Nein. Das heißt... Ja, Mrs. Brown? Heute Nachmittag kam mein Mann ganz überraschend nach Hause. Er war sehr aufgeregt. Sie müssen wissen, Inspektor, wir hatten in der letzten Zeit einige unerklärliche geschäftliche Rückschläge. Mein Mann sagte mir, er wisse nun, wer schuld daran sei. Er bat mich, in Woods Büro anzurufen, ob er da sei. Und war er da? Ja. Die Sekretärin stellte die Verbindung her und mein Mann sprach damit Wood. Er sagte ihm, er hätte Beweise, dass Wood Kalkulation unserer Firma an die Konkurrenz verkauft habe. Er nannte als Beispiel die Firma Fraser. Er war furchtbar aufgeregt. Er drohte Wood, er werde ihn in der Geschäftswelt unmöglich machen. Dann legte er auf, rannt raus und fuhr weg. Er sagte Ihnen nicht, wie Wood reagierte? Nein. Aber kurze Zeit später klingelte es an der Haustür. Es war Wood. Er wollte meinen Mann sprechen. Ich sagte, dass er nicht da sei. Er sollte es morgen in der Fabrik versuchen. Erwähnt er das Telefongespräch? Ja. Aber ich sagte ihm sofort, dass ich mich in die Angelegenheit meines Mannes nicht einmische. Ich verstehe. Wo fand das Gespräch statt? Hier? In diesem Zimmer. Aha. Ich danke Ihnen, Mrs. Brown. Mit großer Wahrscheinlichkeit, es anzunehmen, dass Wood in Ihrem Seef das ihn belastende Material suchte. Aber Sie brauchen jetzt Ruhe. Ich darf Sie bitten, um mich in den nächsten Tagen bei uns vorbeizukommen. Natürlich, Inspektor. Ich danke Ihnen. Nein, bitte. Bitte bemühen Sie sich nicht. Ich finde schon allein. Jetzt brauche ich erst mal einen Whisky. Ja, bitte? Mrs. Brown? Ja? Wer spricht? Ihr spricht, Ihr stiller Teilhaber, Mrs. Brown. Wer? Ihr stiller Teilhaber. Was soll das? Ich habe keinen Teilhaber. Hören Sie, Mr. Nein, hören Sie erst mal, Mrs. Brown. Sie werden sofort begreifen. Und wenn die Polizei von unserem Verhältnis erfährt? Du hast kein Alibi für die Tatzeit. Mrs. Hopkins hat dich gesehen, als du hereinkamst. Dein Wagen steht wahrscheinlich zwei Straßen weiter. Hier überall deine Fingerabdrücke. Nein, Benny. Hier hat nur einer eine Chance, raus zu kommen. Du hast recht, die Fingerabdrücke am Safe muss ich abbilden. Was machst du denn? Du kannst mich doch nicht... Benny! Nun, Mrs. Brown, ich hoffe, Sie haben alles gut hören können. War ja eine saubere Aufnahme, nicht wahr? Aber Sie haben ja auch saubere Arbeit geleistet. Wer sind Sie? Sehen Sie, jetzt sind Sie schon neugierig auf Ihren Teilhaber. Ich werde Ihre Neugier morgen früh befriedigen. Sagen wir um 10 Uhr bei Ihnen. Aber jetzt trinken Sie erst mal Ihren Whisky. Sie werden ihn nötig haben. »Neugier«, weiß ich immer, »Munid 140', »Munid 16 St. oder hates dir?« Oder翻譯 villain Sie haben wir adjuster »你知道 Gateway »Munid 16 St. Ini R of trink »Use »Munid 16 St. »Munid 16 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020